Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Noch während Ariel, die Meerjungfrau, über die weltweiten Leinwände schippert oder schwimmt, je nachdem. Und die Konkurrenz mit etwas ganz anderem beschäftigt ist, holt DreamWorks nun zum Gegenschlag aus gegen die Disney-Neuverfilmung und dreht das Ganze mal auf links, nämlich mit den Kraken als die Guten und den Meerjungfrauen als die, in Anführungsstrichen, Bösen. Und damit geht es heute um Ruby Taucht Up, den ich aber gar nicht gesehen habe, bis auf den Trailer im Trailerama damals. Dafür hat ihn jemand anderes gesehen, der, glaube ich, auch mit dabei war. Machen wir es kurz, der Stu ist hier, moin. Ahoi. Hätte besser da laufen können, ich weiß. Mir fiel nichts Besseres ein, es tut mir leid. Es wäre eine schöne Stallvorlage gewesen, um irgendwie so eine leichte Parodie auf das Spongebob-Intro zu bringen, ne? Naja, egal. Ja, schon, aber seien wir ehrlich, für alle, die uns gerade zuhören, während wir beide das hier aufnehmen, ist es halt echt heiß draußen und wir mussten unseren Ventilator ausschalten und deswegen, also ich habe, mein Energielevel ist nicht so hoch, was Zeit ist mir bitte. Ja, es war Tudüm Nacht. Tudüm, genau, ja. Tudüm, tudüm. Ja, bevor wir jetzt hier noch Werbung für Netflix machen. Ne, der Film hier kommt ja tatsächlich ins Kino, ist der neue DreamWorks Animation Film unter dem Dach von Universal. Die haben ja zuletzt mit der gestiefelte Kater Der letzte Wunsch sehr positiv überrascht. Das ist jetzt ein neues Werk, was aber eher so an die alten Zeiten erinnert und auch mehr in einem etablierten Animationsstil herkommt, also nicht so im Geiste von Across the Spider-Verse. Womit kriegen wir es hier zu tun? Ja, es geht um, Überraschung, Ruby. Ruby Gilman, die mit ihrer Familie in einer kleinen Stadt an der Küste wohnt. Diese Stadt heißt Oceanside. Sie geht zur High School. Und was sie weiß ist, dass ihre Familie Kraken sind, die inkognito unter den Menschen leben. Und Ruby hat sich aber während ihrer Zeit bei den Menschen eigentlich eingelebt und die Ausrede, die immer kommt, wenn sie gefragt wird, warum sie so komisch aussieht, ist immer, ja, sie ist aus Kanada. Die Coneheads lassen grüßen. Es gibt aber eine Regel für Ruby Gilman. Sie darf nicht ins Salzwasser, beziehungsweise in den Ozean. Und diese Regel bricht sie eines Tages, als sie einen Mitschüler aus den Fluten rettet. Und das Salzwasser hat einen unschönen Effekt, nämlich die kleine Ruby wird plötzlich riesengroß, fast schon in Kaiju-Größe. Und wird damit konfrontiert, dass sie nicht nur einfach ein Kraken ist, sondern eine, ja, wenn man so will, eine Prinzessin. Und dass es da einen alten Disput gibt zwischen Kraken und mehrjährigen Frauen und sie könnte das entscheidende Rad am Wagen sein, um diesen Disput allen für alle Mal zu erledigen. Jetzt kann man sich aber vorstellen, eine Teenagerin hat ganz andere Sorgen, als dass sie irgendwie die Welt retten soll. Und das alles kulminiert in einem Finale. Und wie das ausgeht, können wir uns denken. Und ich habe schon zu viel verraten, aber sei es drum. Ja, jetzt brauche ich mir den Film auch nicht mehr ansehen. Ja, es tut mir leid. Ich meine, die Trailer haben so viel geheim gehalten von dieser wirklich noch nie dagewesenen Geschichte. Aber mal ganz ehrlich, ich habe ja jetzt, es gibt ja, glaube ich, zwei oder drei Trailer. Ich habe den ersten Trailer, den wir auch im Trailerama gezeigt haben, auch gesehen. Und ich war in Anführungszeichen überrascht davon, weil als der Film anfing, ich habe wirklich nichts verstanden. Weil da wird so, es wird so gezeigt, ja, das sind übrigens Fabelwesen, Kraken, die wohnen aber zwischen den Menschen. Die Menschen wissen das aber nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, aber warum? Was soll das? Wie sind die Regeln? Und ich finde, dass der Film da echt einen schlechten Job macht. Und ausgehend vom Trailer, also zumindest den ersten, den ich gesehen habe, finde ich, dass sie es nicht gut transportiert haben, dem Publikum zu erklären, was einen da erwartet. Denn es war schon sehr seltsam. Also ich weiß, ich saß in den ersten zehn Minuten da und dachte mir, was will dieser Film eigentlich von mir? Und dabei wusstest du ja ungefähr, worum es geht. Genau, also ich wusste halt, Ruby ist halt so eine Kraken. Aber ich dachte halt eben, dass die Welt, in der er spielt, eine Welt ist quasi so ein bisschen wie so Mania, nur halt eben mit Meeres-Tieren. Also da gibt es halt die Kraken, da gibt es halt die Hummer und die leben halt so ein bisschen wie wir Menschen. Aber nein, Ruby und ihre Familie sind Kraken, die unter Menschen wohnen. Und die Menschen wissen das nicht. Und die Meerjungfrauen sind dann die Gegenpartei, die ebenfalls, ja gut, die können sich halt besser als Menschen tarnen, denke ich mal. Ja, genau. Also es gibt tatsächlich auch nur eine Meerjungfrau und Überraschung, die hat auch noch sehr knallrote Haare. Seltsam, woher kommt das wohl? Ja. Und ich komme mal gleich zu dem Punkt, den ich mit am amüsantesten und am interessantesten finde. Aber der hat nichts mit der eigentlichen Qualität des Filmes zu tun, nämlich mit der Release-Politik. Denn der startet ja knapp einen Monat nach dem Ariel-Remake von Disney. Und wir wissen ja noch, so vor 20 Jahren gab es ja diese, ja, diesen Kampf, Dreamworks gegen Disney, wo wir damals noch gesagt haben, boah, Dreamworks, die bringen halt frischen Wind rein mit Schreck und so. Das sind jetzt echt Probleme. Und mittlerweile wissen wir, wie es ausgegangen ist. Und irgendwie finde ich es, also ich finde das amüsant, dass ein Monat nach Ariel ein Dreamworks-Film in die Kinos kommt, in der Meerjungfrauen die Bösen sind. Das finde ich wirklich ganz amüsant. Diese Amüsanz hält dann aber auch ungefähr so zehn Sekunden, dann hat man genug drüber nachgedacht und dann muss man sich mit dem Film beschäftigen und dann hört die Komik auf. Es erinnert so ein bisschen an die Zeiten, ich weiß noch, damals kam Madagaskar raus und kurz danach irgendwie tierisch wild oder so. Also da war es halt genau umgekehrt. Oder hier, das große Krabbeln und Enz, wobei ich da wirklich Enz favorisieren würde. Beides tolle Filme, aber Enz hat mir immer besser gefallen. Stimmt. Ja, ja. Da gab es ein paar Sachen, diese, hier, große Haie, kleine Fische und viele Nemo, war auch noch ein Beispiel. Ja, total. Wobei, ja, große Haie, kleine Fische ist ziemlich vergessen. Wobei der im Voice-Cast halt mit Stars on Must damals zugeballert war. Ich glaube, da war sogar Robert De Niro drin, ich weiß es gar nicht. Martin Scorsese, Robert De Niro, Will Smith, Jack Black, ja, ja, das war schon ordentlich. Was? Martin Scorsese? Mhm. Hat er damit gesprochen? Ja, ja. Okay, dann muss ich da ehrlich mal auf Englisch gucken. Äh, ja, ähm, ich muss ja sagen, also, im Trailerama, wo ihr auch sehr, sehr gerne reinschauen könnt, alle zwei Wochen, äh, auf YouTube, äh, hin und wieder mit uns zwei Hübschen und hauptsächlich mit mir, äh, zumindest vor der Kamera, da wirkte das Ganze so ein bisschen, also, äh, der Witz war ja wirklich, du hattest das, glaube ich, so getaktet, dass wir erst den Ariel-Trailer gesehen haben und dann das. Ja. Und dann kam direkt von der Kollegin Theresia schöne Grüße an der Stelle. Oh ja, das ist einfach nochmal Ariel, jetzt nur mit Kraken. Und ich hatte noch so die Hoffnung, dass es so ein bisschen so eine unfreiwillige Ursula Origin ist. Was ist es denn jetzt von beiden am ehesten? Also, ich wünsche, es wäre eine Ursula Origin. Das ist, also, das wäre echt nice. Wobei ich ja sagen muss, ich bin ja kein Fan des Ariel-Remakes, fand aber Melissa McCarthy als Ursula ziemlich gut. Ähm, Ruby Gilman ist ein, ich hoffe, es ist eine Altlast von Remarks, weil die haben ja mit dem geschriebenen Kater 2 Weihnachten letzten Jahres gezeigt, dass sie es noch drauf haben und wirklich auch frischen Wind reinbringen können. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob sie das wirklich von sich aus gemacht haben oder weil sie gesehen haben, wie gut äh, New Universe, dieser Spider-Man-Film auch angekommen ist. darüber kann man sich streiten, aber jedenfalls war der geschriebenen Kater ja wirklich was, was sehr Erfrischendes, wo ich auch total überrascht war. Und Ruby Gilman wirkt jetzt aber wirklich wieder wie so ein Film, den sie irgendwie 2005 gemacht haben, der dann irgendwie vergessen wurde und dann ein bisschen aufpoliert jetzt in die Kinos gekommen ist, denn ganz klare Kiste, der ist wirklich mehr für, für Kinder gemacht. Das muss man ganz klar sagen und Überraschung, ich bin aus meiner Kindheit und Adoleszenz ein paar Jährchen schon raus. Ach was. Aber ich hatte halt das große Glück, dass während der Forschung auch ein paar Kinder da waren und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die so nicht gut mitgegangen sind. Also ich habe die Kinder kaum lachen gehört, kaum reagieren gehört. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass die gefühlt alle zehn Minuten aufs Sturm mussten. Aber naja, Kinder. Ja gut, das kennt man auch bei älteren Kindern leider. Ja, wem sagst du das? Kann ich einigen Kino besuchen. Ja, Gruß an Andi Yolanda Papelitzki. Nein, weiß ich nicht. Der scheint in meiner Blase. Also ich höre schon raus, der Film hat dich ja nicht so richtig gekriegt. Die Trailer haben einen auch irgendwie nicht so wirklich überzeugt. Ich habe jetzt ja hier jetzt vor dem Gespräch nochmal den zweiten Trailer gesehen. Der hat mich ehrlich gesagt noch weniger überzeugt als der erste. Für dich ist der Film so wirklich aus der Zeit gefallen jetzt in Hinblick darauf, dass Spider-Verse so eine neue Ära jetzt eigentlich angestoßen hat. Also dass man weggeht von von Polished 3D-Animationen hin zu einer Mischform aus 2D und 3D. Also ich würde das gar nicht so sehr auf Spider-Man jetzt beziehen, aber ich finde halt einfach das Design nicht besonders gut. Das sieht alles mehr aus wie so Knetfigur. Ich finde der Film gerade die Unterwasserwelt da geben sich meiner Meinung nach nicht besonders viel Mühe. Das sieht alles sehr rudimentär aus. Das Figuren-Design allgemein spricht mich persönlich nun an. Die Nebenfiguren sind halt so Abziehbilder. Natürlich hat Ruby Gilman ihre Freundesblicke in der Highschool und die sind halt so die exerzieren halt das Einmaleins der Highschool-Klischees durch. Da hast du halt den Gamer, der davon redet, dass er Zehntausende von Followern hat. Dann hast du so den Gothic-Typen. Das ist alles so ich kann natürlich klar, wenn du jünger bist dann kannst du damit vielleicht besser connecten findest du das vielleicht auch lustiger. Ich saß da jetzt einfach nur und musste das so gefühlt 19 Minuten mich ja ergehen lassen und fand es halt nicht besonders komisch und auch nicht kreativ. Der Film ist einfach nicht kreativ. Er ist auch wie ich finde nicht besonders gut erzählt. Er ist natürlich komplett vorhersehbar. Das ist jetzt ein Kritikpunkt den ich jetzt gar nicht mal so sehr ranziehen würde. Aber er sieht halt einfach er sieht halt so unglaublich gewöhnlich aus. Und dafür, wenn man bedenkt um was es hier geht nämlich um eine Geschichte einer Teenager-Kranke hätte man sich glaube ich schon ein bisschen was mehr trauen müssen oder trauen können. Das ist wieder so ein Animationsfilm von DreamWorks. Sie verkaufen ihn natürlich als den neuen Shit aber sei mir ehrlich der wird genauso untergehen nehme ich mal an wie vor zwei Jahren dieser Everest-Film mit dem Yeti. Da kräht auch kein Hahn mehr nach. Und das sind Filme die lassen sich glaube ich sehr gut vermarkten die werden auch genügend Leute oder Kinder in die Kinos ziehen aber das sind keine Filme über die du in drei, vier Jahren noch reden wirst. Ich glaube das hat das hat irgendwie DreamWorks ein bisschen verlernt und ich glaube auch dass und ich glaube nicht ich hoffe wirklich dass es der Film eine Altlast ist dass der noch jetzt fertig gemacht worden ist und dass die jetzt vielleicht gesehen haben hey der geschiebete Kater der war ja kommerziell durchaus erfolgreich was ja auch nicht so viel erwartet haben und künstlerisch war der auch wirklich sehr erfolgreich. Lass uns mal versuchen jetzt ähnlich wie Sony das auf eine andere Art zu bewerkstelligen und ich hoffe sehr dass sie es machen denn Ruby Gilman oder Ruby taucht ab also wenn das wirklich eine Visitenkarte sein soll für DreamWorks Animation dann sieht es wie ich finde sehr düster für diese doch sehr eigentlich respektable Firma aus. Der Animationsstil hat mich tatsächlich also du meintest ja gerade schon Knete das wäre ja für mich sogar eher ein Pluspunkt weil ich schließlich war ja auch mal Atmen unter dem Dach von DreamWorks. Übrigens kleiner kleiner Funfact habe ich gerade gelesen der Chicken Run 2 kommt an Weihnachten auf Netflix. Okay 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 alles klar ja gut und schon ich vergesse was ich fragen wollte Victory ich meine DreamWorks also du hast ja auch schon Shrek erwähnt der ja durch den gestiefelten Kater 2 ist eine Rückkehr von dem jetzt tatsächlich in greifbarer Nähe gerückt ich habe ihn ja zuletzt auch gesehen den kann man aktuell auch sehr günstig bei einem großen großen Online-Versandhandel digital äh leihen gibt es auch bei Sky gerade glaube ich genau da ist jetzt nur so die Frage weil ich meine das war jetzt noch so die Hoffnung an die man sich hier ein bisschen geklammert hatte dass das vielleicht jetzt so ein bisschen einfach mal Arielle auf links zieht und vielleicht auch ein bisschen parodiert aber da scheint überhaupt nichts zu kommen bis vielleicht auf ich meine DreamWorks hat ja mal gerne eine Disney eigentlich verarscht ne und da scheint nichts mehr von übrig zu sein oder aber bei Shrek war die Parodie der immer noch mit einem Hintersinn die war ja auch wirklich gut hier einfach zu sagen hier ist eine Meerjungfrau die ist halt narzisstisch und sehr egoistisch und sie hat da lange grenzenrote Haare ist da ein bisschen wenig also natürlich kann man da gerne mit drin lesen dass das jetzt ein komplette Frontalangriff gegen Disney ist und dass sie es über lustig machen aber ne dafür nimmt der Film seine Geschichte auch ein bisschen zu ernst und dann fehlt auch noch so ein bisschen ja ein bisschen Munition im Magazin also wenn das der einzige Schuss ist dann schießen sie wirklich mit Platzpatronen leider oh weh ja gut du hast ihn auch noch auf Deutsch gesehen weil ich meine der Voice Cast ist ja im Original zumindest interessanter so Jane Fonda hört man nicht alle Tage in sowas Toni Collette sicherlich auch nicht aber ja gut was die da noch in der Originalversion vielleicht irgendwie hinzufügen können ja klingt leider ziemlich mau ne ja und vergessenswert also da ist jetzt so die Frage meinst du ich meine gut Corona spielt jetzt für die Kinos eigentlich keine Rolle mehr aber meinst du das wäre ein Film weil du jetzt ja auch meintest es eventuell so ein Quarantäneprojekt sag ich mal meinst du der wäre eventuell nur im Stream gelandet wenn die Kinos jetzt aus welchen Gründen auch immer irgendwie nicht nicht regulär offen werden ne ne das ist schon eine Großproduktion gewesen glaube ich der wurde auch glaube ich schon relativ früh angekündigt und ich meine der geschüppelte Kater da hat ja auch keiner dran geglaubt und der ist ja auch in Zeiten von Corona mit entstanden den haben sie auch ins Kino gebracht von daher ah ne glaube ich glaube ich nicht dass der dass der eigentlich fürs Heimkino gemacht wurde weil wenn er fürs Heimkino gemacht worden wäre dann hätten sie sich so viel Geld ausgegeben für diese Stimmen die du gerade genannt hast ich kann mir nicht vorstellen dass eine Jane Fonda eine Toni Collette oder hier eine Leiner Condor so günstig sind und dann bei einem Film mitmachen der sofort dann irgendwie fürs Heimkino erscheint ich glaube schon das ist eine geplante Kinoproduktion gewesen okay dann ja gehen wir mal wirklich davon aus dass das so ein bisschen ja ganz böse Restverwertung ist von Dreamworks weil man merkt einfach deutlich dass das gerade so eine Woge durch die ganze Animationsbranche gegangen ist eigentlich schon seit Into the Spider-Verse was ich ja persönlich sehr interessant finde also ich meine ich bin ja großer Animationsfan und man merkt es ja jetzt abgesehen vielleicht von Elemente von Pixar dass da schon jetzt irgendwie ein Umschwung im Gange ist also es erwartet uns ja dieses Jahr noch dieser Turtles Film der auch sehr interessant aussieht wird man sehen was Dreamworks da noch so draus macht vielleicht da auch mit Shrek könnte gut möglich sein ja wir werden es sehen auf jeden Fall ja der Stu kann ihn eher nicht so empfehlen wenn auch ja gut für die jüngere Zielgruppe auch nicht so wirklich meinest du ja ich finde es halt immer schwer mich jetzt rein zu versetzen wenn also ich glaube tatsächlich der sechsjährige ist zuhätte damit schon seinen Spaß gehabt ich kann halt nur davon jetzt auch sagen was ich halt miterlebt habe im Kino als ich ihn gesehen habe und natürlich kann es jetzt auch sein dass jemand der da mit mit den Kindern saß vielleicht eine ganz andere Empfindung hat und meine doch die sind doch davon mitgegangen aber ich aus meiner Sicht hatte nicht das Gefühl dass die Kinder da sondern nicht mitgegangen sind das habe ich schon weitaus effektiver gesehen aber wenn ihr jetzt sag ich mal Nachwuchs habt und der ist so zwischen sechs und zwölf und ihr wollt ihn mal einfach ins Kino setzen für hundert Minuten dann ist Ruby taucht ab kann man das schon machen der wird jetzt auch wenn er jetzt startet gefühlte acht bis zehn Wochen nachmittags in den Kinos durchgenudelt werden und landet dann vermutlich Herbst Winter dann im Heimkino und der wird auch sein Geld machen und ich hoffe aber sehr dass sie trotzdem sagen okay der war erfolgreich aber wisst ihr was wir setzen jetzt trotzdem mehr auf die Schiene wie der geschiebelte Kater und versuchen mal ein bisschen kreativer zu sein und vielleicht auch ein bisschen bissiger denn also der einzige Biss von Dreamworks ist halt echt futsch das einzige was sich wirklich immer noch beibehalten haben ist dieses elende Kommen wir machen eine Fantasy Welt und füllen die mit irgendwelchen zugekriegen Popsongs aber das hat früher funktioniert ist mittlerweile aber wirklich so ausgelutscht dass du dir echt nur noch mit den Augen rollst wenn der Film dann anfängt und die da irgendwie so 0815 Popsongs um die Ohren hauen und du denkst boah Leute das funktioniert einfach nicht mehr aber gut dann am Ende gibt es dann bestimmt die Dance Party es stimmt wirklich nein wirklich ohne Scheißhitz nein nein ich habe es auch irgendwo bei Letterboxd gelesen dass der Film sehr sehr klar diesem Dreamworks Muster folgt sehr sehr klar oh okay ja gut die Popmusik die ist ja rüber geschwappt zu Elemental von Pixar da kann man auch gerne in unsere Besprechung reinhören die fast zeitgleich mit dem ihr erscheint ja noch da vielleicht verbindungsweise wo würdest du eher empfehlen reinzugehen weil du ja beide Filme gesehen hast ich glaube dass wenn man seine Kinder alleine ins Kino schickt wäre glaube ich Ruby taucht ab besser weil da muss man nichts mehr erklären und bei Elemental weil der halt eben noch so eine politische Botschaft hat oder eine gesellschaftliche Botschaft sollte man vielleicht besser mit seinen Kindern sehen und ich glaube als Erwachsener hat man deutlich mehr Freude mit Elemental weil der auch einfach von Animation her der ist auch sag ich mal Pixar Standard aber Pixar Standard ist halt immer noch sehr sehr gut im Gegensatz zu Dreamworks Standard das muss man auch mal sagen deswegen ganz klar auch wenn ich jetzt kein so großer Fan von Elemental war oder bin würde ich auf jeden Fall empfehlen wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen Ruby tocht ab oder Elemental guckt Across the Spiderverse oh ja auf jeden Fall das kann ich rundherum bejahen guckt Across the Spiderverse und wenn ihr überlegt in einen von den beiden anderen zu gehen geht in Elemental und wenn ihr dann nochmal ins Kino gehen wollt geht nochmal Across the Spiderverse und wenn ihr Geld sparen wollt guckt euch einmal der geschübelte Karte 2 an gibt es auf Sky oder gerade auf Amazon für 90 Cent genau jetzt haben wir genug Werbung gemacht ab dem 29. Juni in den deutschen Kinos macht euch gerne selber ein Bild davon und ihr wisst ja was zu tun ist wir haben es ja gerade gesagt wo ihr reingehen sollt und wo ihr nicht reingehen sollt und ich würde sagen damit klinken wir uns aus macht es gut ciao ciao sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir in der Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auf außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast Plattformen wer möchte darf uns gern immer und überall empfehlen alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes vielen Dank und bis zum nächsten Mal euer Andi